Die Reise zum Mond Elena, Ina, Christian und Michael sind Vierlinger. Am 5. Geburtstag bekommen sie eine große Rakete von ihren Eltern. Damit dürfen sie zum Mond fliegen und ihre Geburtstagsparty feiern. Jetzt setzen die Vier Astronauten ihre Helme auf. Und 3, 2, 1, starten sie im Flug durch die Nacht. In der Welt habe ich dunkel und still. Unterwegs sehen die Kinder Asteroiden, Kometen und viele funkelnde Sterne. Der Mond ist ganz hell, schön, ganz rund. Als die Vierlinge auf den Mond landen, hatten die ganz viele Mondmädchen gesehen. Die sind sehr freundlich, wollen mit Freia, schenken die Geschwister viele tolle Sachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.